Hallo, liebe Besucher unserer Website Leuchtturm Dokumentation. Mein Name ist Kapitän Hansen und bevor Sie sich unsere Website genauer anschauen, erlauben Sie mir einige einführende Worte. Die Filme, die wir Ihnen hier als DVD, zum Teil als Blu-ray anbieten, sind Reisefilme und Dokumentationen, aber auch Ausbildungsfilme für den Wassersport. In unseren Reisefilmen und Dokumentationen zeigen wir Ihnen Filme, maritimen Inhalts zum Zeitgeschehen, aber auch zur Geschichte. Unsere Ausbildungsfilme richten sich natürlich vor allen Dingen an diejenigen unter Ihnen, die vorhaben, zum Beispiel einen Sportbootführerschein zu machen. Sie sollen Ihnen helfen beim Lernen, aber auch beim sicheren Bestehen der Prüfung. Die technischen Voraussetzungen für die Produktion von Videofilmen haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Sie sind aber auch erschwinglicher geworden, gerade für eine kleine Produktionsgesellschaft. Und so freuen wir uns, Ihnen heute Bilder präsentieren zu können, die vor einigen Jahren so in der Form noch gar nicht möglich gewesen wären, weil sie viel zu aufwendig und teuer geworden wären. Zum Beispiel Drohnenüberflüge. Diese Bilder, gemacht von Drohnen, zeigen wir vor allen Dingen in unseren Reise- und Dokumentationsfilmen. Ja, meine Damen und Herren, klicken Sie ruhig einmal einige Trailer an und wenn die Filme Ihnen gefallen, dann können Sie sie natürlich auch direkt hier auf der Website erwerben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und beim Zuschauen. Vielen Dank!